Hallo und herzlich willkommen zurück zu Har... immer wenn ich Harveston sagen, aber wir befinden uns ja hier im Root Factory Oceans. Wir haben uns gerade im Silent Concrete anwesenden gesehen und ich will mal gucken, ob ich noch irgendwelche anderen... Und... äh... Nein, wir wollen die Falle durchgehen. So, hier ganz hinten hin, da ist das Baden aus, da waren wir schon. Und... Aha, okay, muss ich mir merken, das ist bestimmt eine Angelstelle oder so. Achja, das hatte ich mir schon angesehen. Dann geht's jetzt hier weiter... Zum... Zur Kirche! Ja, die Kirche! Ich wollte mir ja unbedingt mal hinten die Ecke anschauen. Die Hochzeits... Kapelle. Unter freiem Himmel! Cool. Oh, hier geht's... An der Seite geht's rein. Ja! 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 Materialien zur Trankherstellung. Sie benutzt das sicher, um daraus Tränke zu löschen und zu brauen. Ähm... Hier hinten... Ist niemand... Ah, hier! Eine Szene! Oh, zwei Kiddies! Oh, zwei Kiddies! Bist du okay? Mein aufgewecktes Mädchen. Danke! Und ein sehr, sehr verklemmter, schüchterner Junge, wie mir scheint. Und ein sehr, sehr verklemmter, schüchterner Junge, wie mir scheint. Aber mit... Ja... Ein Besuch abstatten? Welcher Vergnügen! Welcher Vergnügen! Äh... Äh... Nun ja... Nicht wirklich. Hm? Vater Gerard! Wer ist das? Sag ich dir ständig, junger Quinn! Du sollst mich mit Papa anreden und nicht mit Vater Gerard! Das ist mein reizender Freund Kenchi! Hä? Reizend? Was soll das denn bedeuten? Oh, nichts! Das ist bloß meine Redensart für einen charmanten Gentleman! Diese Kinder sind Quinn und Kelsey! Ich ziehe sie groß! Und nun begrüßt unsere Gästekinder! Ich bin Quinn! Schön, euch kennenzulernen, Kenchi! Und die dann... Gleichfalls! Ähm... Jetzt bist du dran, Kelsey! Ähm... Hallo! Boah, ist der schüchtern! Ach du lieb einmal! Dieser Junge! Bitte nimm meine aufrichtige Entschuldigung an! Er ist ziemlich schüchtern! Gehen wir raus und spielen! Also, Ketschi! Ich habe einen ganz köstlichen Tee bekommen! Möchtest du eine Tasse mit mir trinken? Äh... Danke aber... Nein, Danke! Wie schade! Vielleicht nächstes Mal? Äh... Sicher! Oh mein Gott! Du kannst gern zu mir kommen! Weil du einfach einen Rat brauchst! Äh... Okay! So... Kirchplatz! Und wie man sehen kann, es ist schon Nachmittag! So, was steht da? Aufzug zum Hafen! Der bringt mich bestimmt direkt zum Hafen hinunter! Das sieht noch nichts aus! Was haben wir hier? Marktplatz geöffnet! Donnerstags und an Feiertag von 12 bis 18 Uhr! Okay... Merkt man sich mal! Hier kann man bestimmt gut angeln! Wenn man eine Angel möchte! So... So... Mal schauen... Ah! Äh... Wie ihr sehen könnt... Haben sich jetzt auf der Karte... Alle Leute... Die wir schon angesprochen haben... Sind abgebildet! So... Das ist das Dienstbums anwesend... Ja... Ich glaub ich hab... Soweit... Ach warte mal... Ich war ja noch nicht im... Gasthaus... Da sind wir ja irgendwie zum Essen eingeladen... Hm? Hast du dich noch etwas... Eingewöhnt? Ja! Es ist ein wunderschönes Haus! Danke, dass wir... So einen schönen Ort bleiben dürfen Odette! Die ist auch geil! Die kann man auch heiraten! Oh je! Du musst ein Junge sein, von dem Odette sprach! Ein neues Familienmitglied! Ich bin Kenshi! Schön dich kennenzulernen! Ich bin Tita! Sehr freit deine Bekanntschaft zu machen! Und so höflich! Ich bin Lily! Odettes ältere Schwester! Ich sing hier im Gasthaus! An den Abenden! Komm doch einmal vorbei! Und hör es dir an! Wenn du magst! Ich habe sogar noch eine jüngere Schwester! Odette! Wo ist... Wo ist Violette? Dann hingegangen! Machst du Witze, Schwester? Violet hat den Job als Krankenschwester! Bei der Kirche! Erinnerst du dich? Sie wohnen... Äh... Wie konntest du das vergessen? Du hast wohl recht! Wo ich so darüber nachdenke... Das war mir total im Fall! Reiß dich am reden, Schwester! Da fällt mir gerade ein... Violet ist drüben... Bei der Kirche! Du solltest hingehen und dich ihr vorstellen! Okay, mach ich! Wie? Oh, Odette! Was ist das? Oh, das ist das schwarze Brett! Da werden alle möglichen Dinge veröffentlicht! Du findest jede Menge Neuigkeiten und Infos! Wenn man Hilfe bei etwas braucht... Kann man auch einen Auftrag an das Brett halten und häufig vorbei! Ähm... Die Wettervorhersage ist besonders hilfreich! Ich muss meine... Laute... Äh... Meine... Laute... Ja... Je nach Wetterlage anders stimmen! Ich brauche sie also ständig! Oh, toll! Seht bloß mal auf die Uhr! Schwester, kümmerst du dich um die Einkäufe? Ich muss mich fertig machen! Liebe Goethe! Ja, natürlich! Ich gehe gleich los! Oh... Ups! Alles in Ordnung? Scheint etwas tollpatschig! Oh, es geht mir gut! Mach dir keine Sorgen um mich! Solche Dinge passieren mir ständig! So eine Schüsseltrahntüte! So, wenn ich gleich mal hier drauf gucke... Hier werden die Aufträge der Anwohnung veröffnet... Schau im Inneren... Also sieht stark nach Harvest Moon aus! Dein erster Auftrag! Dieser Auftrag... Ich frage mich, was er nun möchte! Nun, sie beschreibt... Sie schreibt, bitte komm zu mir! Also lass uns zu ihr gehen! ... Aha... Also hier an erster Stelle... So... Hohoho! Er ist ein Kirschbäuerbäume... Hat jemand aber mit viel Sorgfalt großgezogen... Oh, es ist schon 6. Ja, toll. Ähm, Violet. Irgendwas bei Kirche? Ich weiß zwar noch nicht, ob ich jetzt hier richtig laufe. Aha. Ah, da waren wir noch nicht drin. Das wird bestimmt die Krankenstation sein. Oder auch nicht. Schwierig, die Glocke immer so. Ähm, ja, aber es ist die Glockenturm. Hier geht es auch noch rein. Oh, das muss die Klinik sein. Sieht mir zumindest danach aus. Dann wird das dort Violet sein. Ebenfalls eine Heiratskandidatin. Was ist los? Bist du krank? Bist du verletzt? Nee, nichts dergleichen. Da ich jetzt im Haus neben dem Gastfuss wohne, wollte ich rumgehen und mich jeden vorstellen. Oh, du musst, der vorhin den Odette erwähnt hat. Sie ist auch ein bisschen schüchtert. Was ist denn los? Nichts, gar nichts. Ich bin Violet, Lilis und Odette aus dem Gastfuss sind meine Schwestern. Schön, dich kennenzulernen, Violet. Ich bin Kenshi. Ich bin Tita. Ich teile mir mit Kenshi den Körper. Wir sind uns nicht sicher, wie egal... Ähm... Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Tita. Und dich, Kenshi. Weshalb bist du ärgerlich? Kannst du jederzeit zu mir kommen, wenn es dir gut geht? Und wir verkaufen auch nicht ziemlich. Auch wenn es dir gut geht, kannst du dir trotzdem... Nichts egal. Ich glaub... Ah, ich glaub, da bat sich was ein. So, ich glaube... Jetzt... Wir haben jetzt, glaub ich, alles erkundet, soweit ich das beurteilen kann. So, und ich denke mal, wir müssen ja zu Lily wegen dem Auftrag. Dann können wir den... Am Abend singe ich im Gasthaus. Du kannst gern vorbeikommen. Oh... Oh, hallo! Wie ich sehe, geht's euch beiden gut. Ich sehe, du warst am schwarzen Brett. Heißt das, du hast, wie man eine Anfrage annimmt? Neben dem Wetter und den Neuigkeiten gibt's ein schwarzes Brett beim Gasthaus. Du musst die drei Schwestern auch anfragen von den Leuten auf der Insel für eine Lied. Ja! Jeder hilft jedem. Das stimmt. Kann ich dich jetzt in etwas bitten? Okay. Ich will, dass du für mich eine Heilkraut im Gemini-Lebensmittelladen kaufst. Ich gebe dir dafür 500g als Belohnung. In Ordnung, das mache ich. Und wenn du vergessen hast, was du tun sollst, kannst du im Questblock nachsehen. Benutze Start-Taste und musst du öffnen. Und vergiss nicht! Wenn dein Auftrag zu schwierig ist, kannst du ihn jederzeit abbrechen. Hilf nur dann, wenn du es auch kannst. Nun, dann kannst du mir dieses Heilkraut besorgen. Okay. Ich kann's ja mal versuchen. Ich glaube, die haben jetzt zu. Guten Abend. Ähm, ähm. Ich muss aufpassen, dass mir die Vorräte nicht ausgehen. Aber es ist nicht einfach, zum wichtigen Zeitpunkt zu erwischen. Alles so hübsch aufgestellt. Typisch Bismarck. Alle Früchte und Gewürze liegen aus. Die Flaschen haben noch nicht gesehen, wofür sie bewundet sind. Oh, tut mir leid, aber wir haben geschlossen. Ah, wusste ich doch. Fuck. Ah, hier geht's. Geht's da zum Strand? Ja. So, dann würde ich sagen... ... ... ... Ja! Dann würde ich sagen, als Speichern! Und damit beende ich diesen Part auch schon wieder und ich werde auch offen mal die Aufnahmesession unterbrechen. Bis zum nächsten Mal, eure Tita Kenshi!